Das kennt jeder von uns. Aber kennt man uns? Willkommen in der Welt der technischen Kommunikation. Unabhängig von Branche oder Unternehmen transformieren wir Daten und Content zu innovativen Produktinformationen, um maximalen Nutzen zu generieren. Wir sind das technische Kommunikationsteam von EWM Papst, dem weltweit führenden Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Unsere Produkte sind beinahe in allen Bereichen des Alltags präsent. Ob zu Hause, im Auto, im Supermarkt oder in Industrieanlagen. Und dass sie dort funktionieren, geht nicht ohne technische Kommunikation. Wir stellen sicher, dass alle relevanten Informationen zum Produkt rechtzeitig und in geeigneter Form zur Verfügung stehen. Unsere Mission, technische Kommunikation neu denken. Schreiben allein reicht nicht mehr aus. Die technische Kommunikation durchläuft gerade eine tiefgreifende Transformation hin zur digitalen und nachhaltigen Zukunft. Innovative Produktinformationen sind datenbasiert, präziser strukturiert und bedeutsamer denn je. Daten sind auch die Grundlage für sämtliche Produkte und Prozesse im Unternehmen und entscheidend für den Unternehmenserfolg. Die technische Kommunikation verfügt über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Daten und Informationen und ist spezialisiert auf deren intelligente Bereitstellung sowie der professionellen Aufbereitung. Unsere Expertise umfasst unter anderem Datenstrukturen, Informationsmanagement und User Experience Design. Unser Kern-Know-how ist geblieben. Verständliches, zielgruppenorientiertes Schreiben von Anleitungen, die dem Kunden eine schnelle und sichere Anwendung des Produkts ermöglichen und dem Unternehmen rechtliche Sicherheit geben. Heute verstehen wir uns als Informationslogistiker. Wir stellen digitale Daten- und Informationsströme sicher. Mit dem Ziel, weltweit Kunden und Kollegen effizient mit korrekten und relevanten Informationen und Daten zu versorgen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des gesamten Wertschöpfungsprozesses. Für die technische Kommunikation ist die strukturierte Daten- und Informationserfassung der erste und entscheidende Schritt, nicht nur eine Option. Sie hat eine Schlüsselrolle beim unternehmensweiten Daten- und Informationsmanagement. Zusammen mit unserer IT arbeiten wir an einem Single-Source-Prinzip für alle Daten. In diesem Zuge werden Prozesse optimiert und die Datensicherheit erhöht. Daten und Informationen sind nur nützlich, wenn man sie auch findet. Wir ermöglichen gezielte Informationsrecherche und intelligente Nutzung. Unser Motto für maximalen Kundennutzen. Jedes Produkt muss seinen Vorgänger ökonomisch und ökologisch übertreffen. Diesen Anspruch haben wir auch für unsere Dokumentation. Mit datenbankgestützter Automatisierung kann unser vierköpfiges Team Informationen für 15.000 Produkte in 20 Sprachen erstellen. Produktinformationen sind immer wichtiger für Kaufentscheidungen. Innovative Technologien können ohne Produktinformationen weder effizient noch vollständig genutzt werden. Die technische Kommunikation schafft wertvolles Know-how für Anwender und Mitarbeiter und maximiert die User Experience für zufriedene Kunden. Gleichzeitig werden teure Serviceanfragen reduziert. Nachhaltig und ressourcenschonend muss der Weg in unsere Zukunft sein. Die technische Kommunikation trägt auch dazu bei. Zur Umsetzung der EU-Richtlinien des Green Deals spielen die Produktinformationen eine noch zentralere Rolle. Schon heute bieten wir detaillierte Anleitungen zur ressourcenschonenden Nutzung, zum Beispiel um den Energieverbrauch zu senken. Hunden können mithilfe unserer Anleitungen die Produkte bereits heute eigenständig reparieren. Wir sind die Informationslogistiker der Zukunft. Wir vereinen Kundennutzen, Effizienz und Nachhaltigkeit. Technische Kommunikation steht für innovative und intelligente Informationsentwicklung und unser professionelles Know-how beschleunigt den Unternehmensfortschritt, nicht nur bei uns. Mit uns in die Zukunft. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.